Bonjour, salam alaikum, merhaba, Dovni, Drinek. War das eine Sprache? Egal. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ihr seht schon, heute haben wir was richtig Geines, was es ganz, ganz Neues, was es so noch gar nicht gab. Heute erraten wir die verschiedenen E-Mails nur an dem Sound. Leute, ihr seht schon, ich habe wieder meinen Squad mit dabei, meine Habubis. Burak, stellt euch vor. Bruder, Brun, komm, renn! Ja, Habibi! Move, Drast! Ja, ich bin, komm, Jungs! Und links haben wir Odoman mit Buschskin. What a Dose! What a Dose! Und das Ganze ist heute eigentlich ziemlich easy, Leute. Ihr seht schon, wir stehen alle hier drei in unserer Kombi und haben hier so eine Tür. Gleich geht einer von uns rüber, wir wechseln uns immer wieder ab, haben sozusagen also jeder drei Versuche. Und dann steht irgendwo hier hinten, macht einen Emote und die anderen müssen erraten, welche Emote das ist. Derjenige, der es richtig errät, kriegt eben die Waffe. Heißt also, man hat die Chance, bis zu sechs Waffen für jeden zu kriegen. Also, ja, wer gut ist, gewinnt, Leute. Wenn ihr mitraten wollt, macht das Ganze gerne, Leute. Schreibt in die Kommentare, wie viele ihr erraten habt. Und auch bitte, welches ihr erraten habt, damit ich so gucken kann und vergleichen kann. Ihr wisst euch mal, ne? Oh ja, oh. Ähm, Jungs? Oh ja, oh. Den befummelten Baum. Oh, 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 oh. Oh, schleck, oh. Geil, Digga, okay. Odomann reicht jetzt! Töne, guck, töne. Okay, ich würd' mal sagen, zeigt mal alle euren Buzzer zuerst, Digga. Odomann? Ich hab ne. Geil, Burak? Burak, ich hab ne. Und mein Buzzer ist das hier, Leute. Oh, das ist so glücklich? Also, ihr hört schon der Sound von demjenigen, der zuerst kommt, der darf halt eben sozusagen sagen, was er halt eben denkt. Wie halt bei einer normalen Quizshow. Ich glaub, ist easy. Deswegen würd' ich sagen, Leute, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, benutzt meinen Creator-Code, liked das Video. So, wir fangen an. Aber, Leute, jetzt passend zum Video, bevor das Ganze beginnt, hab ich noch ne ganz kleine Sache für euch, Leute. Wenn ihr erraten könnt, was für ein Emote das ist, Leute, dann könnt ihr Merch gewinnen von Double A. Deswegen, Leute, ich mach jetzt ein Emote. Ihr werdet ihr nicht sehen, sondern nur den Sound haben. Ihr müsst in die Kommentare schreiben, welch Emote das ist, Leute. Der Gewinner wird dann von mir ausgesucht und der kriegt auf jeden Fall Double A mit die Tage zugeschickt. Okay, ich spiel's ganz kurz ab, Leute. Ihr hört's. Wer's hat, schreibt mir in die Kommentare und liked das Video. Ganz wichtig, Leute. Aber jetzt, viel Spaß. Okay, wer fängt an, Jungs? Ich. Ich. Okay, oder man geht. Oder man warst uns her. Okay, Jungs, ich mach alleine. Ja, Bruder, erraten. Warte. Are you ready to errate meine Emote? I am ready to erraten. Okay, dann ist der erste Emote von mir. Mach doch einfach, red nicht. Okay, der hier. Die Krabbe. Oh, shit. Äh, ja, du solltest eigentlich... Die Krabbe hat neu schaden. Also, ich bin dafür, dass Bruder gestraft hat. Ich bin dafür, dass dein Maul dahinter ist. Hahaha, kill ihn, Bruder. Nein. Du bist echt... Äh, nein? Ja. Du hast nichts gesehen. Dann hat Bruder seine erste Waffe. Oh, mein Bruder. Ich würde sagen, der hier ist für dich. Habibi. Okay. Okay, oh, du warst nicht zuerst. Ich war schneller. Das ist dieser... Äh, oh, wie heißt der? Ähm, Tanztherapie oder so heißt der? Falsch. Ich bin dran, oder? Nein. Burak, sag. Ansteckend. Nein. Mach auf. Ja. Es ist der... Och, Mann. Was geht, Habibi? Ey, ich kann nur keinen fehlen, dass dein Tanz, du gell. Hahaha. Vor allem, er heißt ansteckend, äh, ansteckend. Digga, das ist so ein hässlicher Tanz, Digga. Okay. Ich höre die Musik erst. Oder mal, äh, Burak, Habibi. Gey. Okay, komm. Guck mal, Jungs. Ich sag euch, das wird jetzt nur ein Timing vom Buzzern, okay? Okay. Seid ihr ready? Ja. Fertig. Ich war es. Ich dachte gerade schon. Drei, zwei, eins. Ich war zuerst. Ja, du warst zuerst. Ich war zuerst. Wie heißt der? Ich kann keinen. Also, wenn ihr meinen Lieblings-Emoot nicht kennt, dürft ihr mich nie wieder... Ah, das ist dingend. Hier, der Snoop Dogg mit den, äh, Handtrennen. Nein, nein, du musst sagen, nein. Muss ich gar nicht. Ich weiß, dass wir alle Namen kennen. Als ob wir alle Namen kennen, Digga. Ich glaube, der heißt irgendwie Smooth oder so. Nee, der heißt Dingens, äh, Scheibenwischer. Der heißt Sauber auf Deutsch. Oh, was geht, Bruder? Das geht? Okay, der heißt Sauber. Also, Leute, das ist meine erste Waffe, ihr seht schon. Ich habe eine blaue MP, aber bis jetzt hat, glaube ich, jeder schon eine Waffe. Nein, ich nicht. Nein, oder mal nicht, ich habe zwei. Oh, okay, oh, das ist scheiße. Ja, tschüss, Digga. Die nächste will ich eh nicht, alle. Alles, was ich gesehen habe. Okay, bei meinem Emoot jetzt, Leute, ne? Müsst ihr ganz genau hinhören. Ganz genau, okay? Okay, ich höre weg. Okay, Leute, seid ihr bereit? All right. Hört ganz genau hin. Es geht los. Drei, zwei, eins. Null plus eins plus eins ist gleich 50. Aber, aber wer war zuerst? Digga, wer war zuerst? Das ist jetzt die Frage. Ich denke jetzt auch, eigentlich, ich denke jetzt hier, Soundbeweise wie Fußball. Okay. Warte, war es denn überhaupt eins plus eins ist eins? Nein, eins plus eins ist vier. Zwei plus zwei ist vier. Zwei plus zwei ist fünf. Zwei plus zwei ist vier. Ja, wir haben doch gesagt, dass wir nicht die genauen Namen sagen. Ja, aber trotzdem. Natürlich. Aber wenn du, guck mal, wenn da steht, aber zwei plus zwei ist vier und du sagst eins. Zwei plus zwei ist da. Ja gut, Bruder, nimm deine Mini-Dig an, Digga. Aber Leute, schreibt mal in den Chat, was findet ihr wäre gerechter gewesen, wenn Bruder okay, verliert oder wenn er gewinnen hat. Also ich will dir jetzt nicht sagen, aber ich habe immer noch keine Waffe, ne? Ja, Bruder, komm, komm, ich gebe dir jetzt eine, okay? Okay. Ich mache jetzt einen Geil in die Maut für dich, Bruder. Okay. Den kannst eigentlich nur du kennen. Okay. Aber ich könnte doch eigentlich jemanden nehmen, der schwer ist, damit die beide keine Waffe haben. Ich glaube, ich nehme lieber jemanden, der schwer ist. Hä? Hört gut hin, hört gut hin. Ja. Ich war als erstes, ich war als erstes. Das ist dieser aus der ersten Season, diese eine Clap, wo er dann so nach Arme nach hinten zieht, Digga. Wie heißt das nochmal, Bruder? Aus der ersten Season? Na, ich glaube, das war erste oder zweite Season, wo er dann, warte, der hier, Tanzschritte. Nein, ist es nicht. Nein, hä? Hä, Bruder, hörst du nicht, dass es nicht? Es ist langsam, es klappt. Nein, ist es nicht. Es ist auch nicht, es ist Mellow-Stimmung, Bruder, von Dingens. Gern gekappt. Marshmallow. Der war ja übelst schwer, weil der hat ja drei verschiedene, ne? Heißt das, heißt das, dass ich die Waffe kriege? Eigentlich schon. Danke, das ist meine Waffe. Ich muss auch ehrlich sagen, Leute, das war halt eben ein bisschen spürig, weil der Maut hat drei verschiedene Tänze. Weil, aber wenn du dir jetzt anhörst, hör dir das mal an, gib nicht? So ähnlich, weißt du? Ist schneller, aber, Bruder. Viel schneller. Der ist viel schneller. Aber wenn du aus dem Kopf so überlegst, weißt du, ich meine? Ja. Aber meinesgleichen, also, die sind close. Es war echt, als sie läuft, aber ich hab gesagt, ich nimm einen, wo ich alle behörde damit. Dann würde ich sagen, Habubi, Malouji, 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 Mahouji, du bist dran. Bruder, das Ding ist, hier ist eine Snipe, und bis jetzt hat noch keiner von uns eine Snipe, also will ich auch was widerliches nehmen. Okay, Digga, aber die nehm ich. Das ist meine, Bruder, komm, komm, Odo, Mann, komm. Let it ride, Jo. Ja. Ja. Wenn ihr den nicht erkennt, dann redet nicht ein einziges Wort mehr mit dir. Okay, Bruder. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Oh, der Röpster war schneller. Was? Oh, okay. Okay, mach du. Das ist dieser Fußball-Emot, wo der so trickst und so. Ja. Hä, mit Laus, das war Basketball-Emot. Okay, mach nochmal. Guck, Basketball. Was? Egal, Jagdgewehr. Der heißt Balltricks. Jagdgewehr. Jagdgewehr, was soll ich denn machen, Digga? Na gut, dann würde ich sagen. Warte, warte, warte. Was? Du hast jetzt als einziges nur einen Sniper. Stimmt. Bruder, wir können nicht mehr so raus bleiben. Lass dich mal dragen ganze Zeit. Oh, ne Pump. Ja, es gibt noch weiter. Oh, ne Pump. Okay, das ist meine. So, passt auf. Wird das noch was? Warte, warte, warte. Ich hab gleich was. Digga, der Ding gilt kurz Jubilier-Einkaufspiel-Emot. Okay, ich hab was. Okay, mach raus. Okay, seid ihr bereit? Ja. Geht los in 3, 2, 1, go. Ich hab's, ich hab's. Boah, ich weiß das 100%. Das ist ein alter Emot. Ich hasse diesen Tanz. Ich hasse diesen Tanz übertrieben. Warum machst du ja auch? Ja. Geh mal wieder rein. Geh mal wieder rein. Aber ich will euch sehen. Wir wollen dich aber nicht sehen. Das ist diese Dingens-Tanz. Diese Dame to Cosita, oder wie die Karte heißt. Was? Nicht? Doch, das ist der. Also, Dame to Cosita. Kennst du den nicht? Also, wenn du den hier mit Dame to Cosita meinst, mach die Tür auf. Warte, Bruder, ist das falsch oder nicht? Das ist richtig. Es ist richtig, Digga. Ja, das ist der. Ja, das ist der. Ja, das ist richtig. Bruder, das ist der dümmste Trend, den ich 2018 gesehen hab. Ey, dieser Tanz ist so dumm, Digga. Aber, Leute, mir hat der eine geile Pumpka reingebracht, Alter. Von daher. Ja, Bruder, ich gönne die dir halt so dumm an. Ja, damit immer noch so Dinge sind. Die Waffe brauche ich, ehrlich gesagt, gar nicht. Was macht ihr hier? Geht mal weg. Geht mal zurück. Oh, oh, oh. Ja, okay. Okay, Leute. Ich selber habe ja eigentlich schon drei Waffen, Leute. Ich meine, ich brauche jetzt nicht unbedingt noch eine aus. Es kommt noch irgendwie eine Sniper. Von daher. Ich mach was einfaches, was alle erraten können. Okay, seid ihr ready? Let's go. Nein, du. Okay, ich mach, achte. Besser sogar noch. Ich mach Zufall. Und. Wow. War das der Bottle Flip? Ich hab ein bisschen Wasseriges gehört. Nein. Machst du es immer noch? Ja. Machst du es immer noch? Ja. Was ist das? Popcorn? Nein. Close. Es ist Assi. Ah, Dings. Hier sind Süßigkeiten von Halloween. Mach auf. Hallo. Ja. Komm, Bruder, hier. Nimm. Ey, lass mich. Gib mir. Gib mir. Okay, dann hat Odo von seine Waffen. Ey, Bruder, zeig mal deine Waffen. Oh. 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 Okay, Digga. Ja. Meine sind auch krank. Und Odo, Mann? Boah. Das ist gar, Digga. Ja, gut. Okay, es wird jetzt langsam auch mal Zeit, Leute. Wir sind jetzt endlich beim letzten Level. Wir haben alle unsere Waffen gerade eben gesehen. Der da! Ja. Darf ich ihn abknallen? Nein, bitte nicht. Auf jeden Fall, Leute. Auf der anderen Seite stürt jetzt unser lieber Polt und macht jetzt ein Emote. Und derjenige, der hier jetzt alles rübsch errät, beziehungsweise diesen Emote rübsch errät, der kriegt eine richtig geile goldene Sniper. Von daher würde ich sagen, Leute, seid ihr bereit für die letzte Frage? Digga, let's go! Polt beginn. Das ist diese Pump... Ist das diese Pumpernickel? Ja! Ja, das ist Pumpernickel. Wunderbar. Pumpernickel! Ich hab schon... Hey, ich hab schon gelockt. Pumpernickel! Hä? Bist du dumm? Ich hab schon eben gelockt. Pumpernickel? Gut. Dann hat Buddha gezogen und der Sniper. Wir sind komplett gejumst im Endfight. Digga, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, Alter. Egal. Ey, irgendwann mal eine kurze Frage. War das Pumpernickel? Äh... Nein. Nein. Hahaha. Okay, dann würde ich sagen, alle auf die Jump-Hits, Leute. Und wir jumpen rein in die Mini-Battle-Arena. Leute, alle bewaffnet und blädi. Wir sind blädi. Blädi. Okay, dann würde ich sagen, macht euch brat und uns geht los. Jeder hat drei Reben, Leute. Ihr kennt die Games. Dann würde ich sagen, ich mach mich auf auf den ersten Tisch. Wir müssen doch mal am Kissen gehen, Bruder. Hi! Hi! Ah! Mamma mia! Ich hab dich getriffst. Mamma mia! Oh, ich schieß doch nicht hin. Danke stark, Bruder. Ja! Tut mir leid, Bruder. Leck mich. Ey, Tier, lass mich doch hochnässen. Okay, zwei Leute sind schon mal down. Ich muss schnell irgendwo weg. Was? Weg, Bruder? Nein! Nein! Tschüss, Odoman. Du, ein und drei. Du hast grad nicht mein Kühl geklaut. Ich hab noch ein Ding. Ich nimm dir sogar noch dein letztes Leben, Bruder. Brudak? Ja! Brudak! Den installieren nach dem Headshot, Bruder. Ich spiel mit Brudak nicht mehr. Was ist eigentlich mit Odoman? Pssst, 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 pssst. Bist du schon tot, Bruder? Digga, ich bin schon tot. Wo ist Brudak? Ich seh... Nein, nein! Hier bin ich! Ich bin raus, Kid Babe! Okay, dann würde ich sagen, Leute, hat Brudak gewonnen. Du hast noch ein Leben. Was für gewonnen? Nein, ich bin raus. Hä? Okay, dann seh ich dich mal nicht da in dem Busch. Okay, ich lauf hier so vorbei, als ob ich dich nicht in dem Busch sehe. Ha! Ich bin noch am Leben! Okay, hast du noch ein Leben? Äh, ich glaub noch eins. Da, 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 da! Gut. Ey, du hast geboren! Ich hab geboren! Ja! Und Freunde, ihr könnt auch was geboren haben. Bisschen Liebe und Odoman Spons, wenn ihr mehr Kanal abonniert. Und Daumen nach oben gibt, Leute.